Ich sage Hallo Hallo, seid ihr auch wirklich fit? Hallo, ich bin jetzt auf und dran und fang mit dem Programm so richtig an, fang mit dem Programm so richtig an. Lass die Rasse nun schwingen, als wenn's eine Schaukel wär. Sag zur Seite, wiege mit Schwung einmal hin und dann auch wieder her. Gehen wir nun spazieren, hinaus durch dick und dünn. Schließlich ziehen wir alle als kleine Rasselwurm. Und daran, da können bis alle mal mit klatschen. Da-ba-ba-du-ba-da-du-ba Ba-ba-ba-du-ba-da-dai Ba-ba-ba-du-ba-da-du-ba-dai Du-ba-du-ba-dai Ba-ba-du-ba-du-ba-dai Ba-ba-du-ba-du-ba-dai Katzen-Theater, Miau, Katzen-Theater, ob Mieze oder Kater, Katzen-Theater, Miau. Eine kleine Schlange wird früh am Morgen wach, sie räkelt sich und streckt sich, sagt freundlich Guten Tag. Oh lala la, 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 eine andere Schlange kommt so wahnsinnig vorbei, sie sieht die erste Schlange und ruft ganz einfach Hey. Oh lala la, 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 zwei, drei, drei. Die lange Schlangen, die schauen sich richtig an und jede zeigt, wie schön sie ihren Kopf bewegen kann. Ganz laut. Oh la la la, oh la la la. Oh la la la, oh la la la. Muskeln müssen stark sein, die dürfen nicht auf Quark sein. Muskeln müssen stark sein, bloß nicht aus Quark, bloß nicht aus Quark. Natürlich spielt der Dennis am allerliebsten Tennis. Und es schießt der Peter beim Fußball den Elfmeter. Dabei sieht er die Marion, die rennt im Fußballstadion seit mehr als einer Stunde, immer in der Runde. Muskeln müssen stark sein, die dürfen nicht aus Quark sein. Muskeln müssen stark sein, bloß nicht aus Quark, bloß nicht aus Quark. Muskeln müssen stark sein, bloß nicht aus Quark 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 sein, blo